war gegen so william ist bill billem strong will ja so wie es übrigens auch aussieht ist blöd dass hier die spells nicht beschrieben sind was sie machen naja gut lightning storm dürfte einigermaßen klar sein was es macht so die kern alle wieder zurück während die beiden ausgehend zum explorern aber das finde ich gut es blauen exploring und da ist das letzte sphierteil gut ich wollte gerade sagen hoffentlich hast du hoffentlich hast du heidrecke dabei so da kommen wir in haufen hier wo es sein aber wenn das so weitergeht zerschießt unser einer ranger das ding bevor die restliche meute dort angekommen ist ja und supercharge erhöht wirklich vorübergehend die reichweite der magie gilden wir sprechen okay was steht diesmal Ja, Rattenmenschen hauptsächlich, ein paar Trolle, also nichts, womit mein Settlement selber nicht fertig wird. Oh, der holt sich den Movement-Zauber. Ja, er hat jetzt Shard of Haste gefunden. Gut, und aus dem Ding, da kommen halt die Golems. Was zur Hölle hat dich umgebracht? Die Trolle da scheint wenig Bock drauf zu haben, in meine Verteidigung zu rennen. So wie es aussieht, wird jetzt die letzte, das letzte Ding von den beiden Golems bewacht. Gott sei Dank kriegen wir keinen dritten Friedhof. Reicht, dass wir einen Haufen Suhr haben. Ich dachte gerade, der Baum da sieht interessant aus. Okay. Dann macht erst mal diese Golems da weg. Die Trolle wollen ja irgendwie nicht richtig. Ach, einer und null. Wer ist der eine Verrückte? Ach, ein Babar. Okay. Dann erhöhen wir noch mal das Kopfgeld hier drauf, auf den Golem. Ja, wie gesagt, die Trolle sind hier nicht gerade auf der günstigen Position. Ah, ich gebe einfach eine große Reward-Flag hier drauf aus. Die Golems sind dann halt... Zusätzliches Freiwild. Wobei die riesige Truppe gerade eher Bock drauf hat, Trolle zu jagen. Der rennete Zwerg, das ist genial. Der portet sich einfach, ja. Oh, das war's schon. Ich bin wirklich über deine Erfolg, Majestät. Mit diesem Talisman bei deinem Throne. Deine Subjekte werden deinen Namen mit neuem gefundenen Rewarden benutzen. Als die sieben Sekten der Brashnods-Sphäre zusammengebracht wurden, die Erlösung der Energie machte jedes Leben in einem Meilen einen Flasch mit einem brillen, blühen inneren Glow. Alle, die erfordert wurden, wurden von allen und allen Krankheiten geklärt. Es war sehr merkwürdig. Ja. Wir haben fast wieder das Colt reingeholt, was wir ja am Anfang hatten. Wir haben ziemlich viel eigentlich. Wow, haben wir viel aus Reward Flex reingehauen. Wir haben elf Gebäude. Ja, wir haben gut was an Gebäuden verloren. Und auch gut was an Helden. Ja. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir als nächstes. In Vengenst of the Lich Queen. Yay. Majesty, I'm here with the latest report from the Chief Tax Collector. He reports that the fiscal quarter will soon be ending, and the treasury reports a deficit of money. Can you dare interfere with the plans of the Lich Queen? Your meddling presence has been like a thorn in my side. I will soon remove you and your sorry heroes permanently. Nein, wir hatten eine Intervention mit den Untoten. Ja. No Tempest to Crypt are available. No Blacksmiths, Inns, Dwarven Settlements or Rogue Guilds may be built, but there may be hidden remnants of an earlier Settlement left. Ja. Jo, das heißt, wir... Fangen erst mal mit einem Marketplace und einem Guardhouse an. Und mit einer Ranger Guild und einer Warrior Guild. Ich könnte eigentlich gleich neu starten, weil ich es genau verkehrt rum gemacht habe. Okay. We start. Ah, jetzt bin ich mittendrin. Das ist auch nicht schlimm. Ähm. So, es bringt mir noch nichts heiler auszupilten. Außer, die sind Kurt King und Tote. Hm. Hm. Blatt's healing helps toward Kingdom. Maybe reborn after dying wounds for each level of experience. Your Majesty, our new building is complete. Hm-hm. Hm-hm-hm-hm. Sovran, your Marketplace now serves you better. Planting, healing helps, okay. Ah, das sind healing helps. Sovran, your Marketplace now serves you better. Your Majesty, our new building is complete. I serve with pleasure. Ja, der baut immer noch an der Warrior Guild. Das ist... Your Majesty, we've improved the Guardhouse. Tax Collector. Tax Collector. Bitte baut die Warrior Guild zu Ende. Ich brauche die Warrior Guild. Mehr Gold, your Majesty. Your Majesty, our new building is complete. Tax Collector. Bitte lasst mein Garthaus in Ruhe. Bitte lasst mein Garthaus in Ruhe. Ah, Gott sei Dank. Hm. Mehr Gold, your Majesty. Tax Collector. Ich muss ja auch zugeben, dass ich gerade schon ein bisschen Sorge habe. I serve with pleasure. Your Highness, we've improved the Guardhouse. Wo wirst du hin? You frail Mortals cannot stop me. Okay. Das war ins... Das klang gerade nach einer Kampfansage und ich habe da ein ungutes Garten. Gut Gefühl dabei. Your Majesty, our new building is complete. Your Highness, we've improved the Guardhouse. Hi. Sagen wir so, solange sie uns am Anfang nur Untote entgegenwirft, also Zombies und Skelette. Your Highness, we've improved the Guardhouse. Wo geht das hier noch? Wo geht das hier noch? Wo geht das hier noch? Das ist schon mal praktisch. Jetzt haben wir schon mal eine Woke-Gilde. Ähm, was können wir noch mal nicht bauen? Keine Tempels von Krypto. Ah ja. Hier werde ich auf jeden Fall auf Paladine gehen. Sobald ich so weit bin. Bis jetzt wuseln hier nur vereinzelt Untote rum. Das ist... Das ist nicht wirklich so tragisch. Was ich aber liebend gerne hier hätte, ist ein Guardhouse. Am liebsten hier oben, dass es die Schmiede und die Dings abdeckt. Ja gut, da kommt jetzt gerade eine Angriffstruppe und reißt mein Guardhouse ein. Das ist nicht so praktisch. Äh... Äh... Oh, tough fight. Agrela smiles, honey. Agrela...